Leute hallo ich bin heute Euron Niko wieder im Start, wir haben noch dabei sein, Christian schau mal Servus, bin der Christian Kommen nicht so gut, ich hab dunkel gemacht Ich steh dann zu Niki Ja wir gehen jetzt Richtung Brimbanhof, bisschen Zugwieder zu machen Ja, zu Brimbanhof machen Ja, wie man sieht, Chanke ist zu, wir haben noch einen Monster getrunken Guter Geschmack, Monster energy Ja, wir gehen kurz vor, mal gleich das Video auf Pause Nachschrank auf und geben noch die zweite Seite rüber Und dann gehen wir sofort wieder zurück Ich denke mal, ist da was neu, oder was? Ist ja auch schon Abend Ja man, wie ist das noch schaffen? Guck Ah Guck mal, Christian, das ist gesperrt, schon mal abgesperrt, schau mal Schau, das rote Licht ist abgesperrt, guck mal Guck da, das rote Licht ist abgesperrt Der kann erstmal nur hier fahren Und der andere nur dort Ne, das geht nicht Die Leute können da fahren, oder der andere Seite Eigentlich sind zwei Seiten gesperrt Nur die Seite die frei sind Ich glaube dann nach, äh, ja Da kommt schon Zuck Ne Da kommt schon irgendwas Okay, ich hab Licht, scheiße Egal Das kommt denn da Da haben wir so einen Diesel-Zuck, oder? Ja Okay, aber ohne Waggon ich hab jetzt mal ohne licht egal die seite kann man hier fahren das geht das die nicht und die nicht nur die frei sind okay dann kann man auch gute videos machen okay so wir sehen uns dann bis gleich so jetzt kommt das nächste video das ist alles regional okay gut regional von da okay das geht auf jeden fall rb nach münchen hauptbahnhof ja man geil man geil da kann jetzt regina angefahren ich glaube es kommt noch einzug bis gleich bis zum dritten teil bis gleich let's go warte warte ich fange mal an warte es kann gleich lauter sein mal winken ist s bahn ok s2 nach erdingen ja es kommt noch einen vierten zug bis dann aber es kommt schon den vierten zug von vier mal vier zügen ok ok als erstes kam so ein normaler zug als hat es kam regional das kam s bahn und fährt es kommt noch ein guter zug ja bis gleich ja ich glaube er hält an oder nee auch lange s bahn anscheinend warte mal ja ja eigentlich auch so ok angehalten und können noch mal bis gleich ja wieso ist der rot da keine ahnung auch gesperrt da ja er hat nur vielleicht grün kann auch sein nach grün so was kommt schon mal an der vierte ist die s-bahn s2 nach petershausen so muss der fahrer die seite weich wechseln natürlich alter so viel wagen alter sogar acht etwa zwölf stück geil zwölf stück ey ja abends sind richtig viel so lange s-bahn s2 also s3 nach petershausen also schon vier zügen auf einmal alter ok schrank ist schon offen bis gleich wenn dann was video hau rein bis gleich gleich nicht vergessen tschau